Und ich möchte Ihnen sagen, ich bin nur noch wütend. Wütend darauf, was mir Politiker in den vergangenen Wochen und Monaten erzählt haben. Denn stellen Sie sich vor, ja, ich bin dreimal geimpft. Ich kann Ihnen sagen, ich rege mich vor allem über deutsche Politiker auf. Stellen Sie sich vor, ich bin dreimal geimpft. Ich habe mich mit Corona angesteckt 2020. Also bin ich einmal genesen. Und was ist vor zwei Wochen passiert? Ich habe mich wieder mit Corona angesteckt. Ich bin also jetzt doppelt genesen und dreifach geimpft. Ich bin sogar der super, super, super Immune unter uns. Aber dennoch wollen wir Politiker erzählen, dass diese Impfpflicht sein muss. Es geht einfach nicht anders. Okay, ich habe es am Anfang irgendwie noch verstanden. Da hat man mir erklärt, ja, ja, eine Impfpflicht, die schützt uns dann gegen kommende Ansteckung. Die schützt dagegen. Aber als ich dann gedacht habe, Mensch, ich bin genesen, ich war dreifach geimpft. Und jetzt habe ich mich wieder angesteckt. Da frage ich, wie kann das denn passieren? Wie konnte das denn sein? Und da gab es Politiker in allen Parteien. Bei der SPD, bei der CDU, der Bundeskanzler, der Vizekanzler. Alle haben mir erzählt, nein, nein, das ist alles schon wahnsinnig sinnvoll, was wir hier besprechen und diskutieren. Die Wahrheit ist doch, die Politiker ändern ihre Meinung in dieser Frage fast wöchentlich. Und das ist desaströs, welches Bild dort abgegeben wird. Denn jetzt, und das ist wirklich die absolute Wahnsinns-Aussage in dieser Debatte, da erzählt man uns doch ernsthaft, man müsse sich durch die Impfung für die nächsten Varianten schützen. Ja bitte, also stellen Sie sich vor, ich genesen, dreifach geimpft, jetzt wieder genesen. Ich glaube, ich kriege Corona nochmal und die Politiker haben wieder Quatsch erzählt.